Ich will Geld haben. Ja, und wenn's überhaupt geht, gibt's hier irgendwas? Und ich kann meinen Fernseher verkaufen, gell? Oder, ich guck mal, Socken ausziehen, gell, die kann ich ja verkaufen. So, was kann ich noch verkaufen? Die Lampe da, wo mir... Jetzt hab ich den Namen vergessen. Ist auch egal. Oh, ne, jetzt muss ich so lange, jetzt, so weit laufen, oder? Oh, wie geht's dir? Hm, oh, sorry. Ich überlege mir gerade, was ich mit dem angebrochenen Abend anfangen soll. Also, wolltest du jetzt was sagen, immer raus damit. Halten wir uns. Lass dir mal von mir einen Rat für dein neues Leben hier in dieser Stadt geben. Lautsche auf. Ein gebügtes Pokerface ist die halbe Miete. Ich hab keine Ahnung warum, aber in dieser Stadt leben nur Fakes. Manche sind echt total abgedrückt. Aber mach's wie ich. Setz deinen Pokerface auf. Bleib locker und schon streust dich keiner. Oh, du hast noch was im Rathaus. Kriegst viele Ratschläge. Ja, ich weiß. Oh, ist es ein Elefant. Oh, bist du etwa der Neue, von dem allen reden? Schön, dass du nach Berlin gekommen bist. Ich bin Elisa. Oh, schöner Name. Und ich mag neue Gesichter. Unser Stadt ist ja eh klein und so hat auch jeder ein bisschen Einfluss darauf, was sich ändert. Du wirst sicher eine sehr wichtige Rolle für Berlin spielen. Ich bin gespannt. Trampf. Ja, jetzt ist ein Elefant. Ich rede nicht mit dir. Oh. Hab ich mir ab, der Fernseher. Oh, nee, ich wollte nicht wegpacken. Wo ist das groß hin? Fernseher. So. Die Lampe. Oh, wie, ich kann nicht so hell, oder? Ich verkaufe die Träume. Zudem. Ich gehe mal in der, ähm, bei Fundgrube. Wer bist du denn? Luper. Okay. Oh, sei gegrüßt, neue Nachbarn. Ich habe mich schon gar nicht vorgestellt. Ich bin Luper. Willkommen in Berlin. Such mich gerne jederzeit, wenn du Fragen hast, Kevin. Okay. Oh, hallo, herzlich willkommen. Ich will was verkaufen. Weh, du gibst mir nicht so viel. Okay. Atme, äh, okay, das. Ich muss es nicht vorlesen. Ich habe schon mal vorgelesen. Das sagt es eigentlich für so. Graue Socken. Ich brauche keine Socken. Ich brauche keine Socken. Ah, das sind nur so viel. So viel. Ich glaube, ich kann gar keinen. Danke für deinen Besuch. Ich habe mich gar nicht gekauft. Ich muss noch ein Foto machen von mir, oder? Ja. Ja. Das ist der Bürgerpass, auf dem deinem Profil angezeigt wird. Oh, das geht nicht bei mir. Ja. da steht für mich geburtstag ich brauche ein Foto ich glaube ich weiß schon wo ich ein Foto machen kann ich war aber gar kein Geld er bekam hier zumindest wenn sie ja ich nur und die Menschen nun gibt auf die Plätze fertig lächeln Baden-Württemberg Berlin das ist doch ein schönes Foto ich hätte ich habe auch noch die Zeit ist vorbei bis dahin